So, Mittwochstraining. Keine Box am Start, aber irgendwer meinte gerade, Krone hat ne Box. Bin gespannt. Habst du die Box? Eine Box! Willkommen zum Mittwochstraining Video. Heute gibt es eigentlich eine richtig positive Nachricht, nur leider ist Zer di nicht da. Und zwar ist Zer da ganz fest eingestellt bei uns im Verein. Oha, jetzt ist es offiziell. Jetzt offiziell. Und wie fühlst du mich? Gut. Gut? Gut. Fühl dich richtig. Zack. Erster Angestellten auf dem Rufenden Family. Frau aus Serdar. Da sitzt er. Und einmal. Gut. 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 Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.